Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, dass es Beweise dafür gibt, dass Nordkorea Soldaten nach Russland geschickt hat, während der Geheimdienstchef in Südkorea den Gesetzgebern mitteilte, dass 3000 nordkoreanische Truppen bereits in Russland sind und darin ausgebildet werden, wie man Drohnen und andere Ausrüstungen bedient, bevor sie auf den Schlachtfeldern in der Ukraine eingesetzt werden. Was sie genau tun, bleibt abzuwarten. Es gibt Dinge, die wir klären müssen, sagte Austin gegenüber Journalisten. Wenn die Soldaten in den Kampf in der Ukraine eintreten und auf der Seite Russlands kämpfen, wäre das ein sehr, sehr ernstes Problem, sagte Austin und fügte hinzu, dass eine solche Entwicklung Auswirkungen auf Europa und die indopazifische Region hätte. Zunächst sagte der Geheimdienst von Seoul letzte Woche, dass die russische Marine 1500 Mitglieder der nordkoreanischen Spezialkräfte empfangen hatte, während der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zuvor gesagt hatte, dass seine Regierung Informationen habe, dass 10.000 nordkoreanische Soldaten sich darauf vorbereiten, den russischen Invasionskräften beizutreten. Die USA und die NATO hatten Berichte über die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nicht bestätigt, hatten jedoch gewarnt, dass eine solche Entsendung eine gefährliche Entwicklung wäre. Russland und Nordkorea haben bisher bestritten, dass es eine Entsendung von Soldaten aus Pyongyang gegeben hat. Nordkorea und Russland haben kürzlich ihre militärische Zusammenarbeit vertieft, während die beiden Länder zu Beginn dieses Jahres auch eine Vereinbarung im Verteidigungsbereich getroffen haben.